Ihr Film ist ja heute nominiert. Sind Sie sehr gespannt, es war echt eine schwierige Rolle. Ja, es war eine schwierige Rolle und ein wichtiges, leider wichtiges Thema. Ich finde es schön, dass er die Aufmerksamkeit bekommen hat, für dieses Thema im Fernsehen nominiert zu sein. Und ich bin ganz gespannt, wie es ausgeht. Und Ihr Kollege ist ja auch nominiert. Ja, sehr schön ist das. Ja, ich drücke die Daumen. Wie haben Sie sich an den Drehbruch genähert? Ich hatte mich informiert über Frauenhäuser, ich habe eine DVD bekommen, ich hatte in der Zeit in der Schweiz gewohnt und habe mich da bei Frauenhäusern kundig gemacht, telefonisch. Und ja, habe ich mit einer Dame ein sehr offenes Gespräch gehabt, sehr interessant, leider. Und dann gelesen und versucht mit der Regie und mit dem Kollegen sich dem anzunähern. Was drückt ganz fest die Daumen. Ja, kann ich mir vorstellen. Ich drücke die Daumen. Danke. ! Wir schauen jetzt mal an. Ja, wir reden. Oh mein Gott... Untertitelung des ZDF, 2020